Zurück bei Pillars of Eternity, ja, und wir stehen immer noch vor dem Tempel, den wir besuchen sollten, ich hab jetzt gerade den Namen vergessen, Mittagsfrost, und wir werden einfach mal reinmarschieren. Und habt ihr es anders erwartet, aber es gibt einen Ladebildschirm zum Beginn, ja, großartig. Und einen erstaunlich langen Ladebildschirm. Finde den Frostbruch in Mittagsfrost. Of course. Of course. Oh. Die Mleichelfe mustert dich mit eisblauen Augen. Sie bewegt sich unruhig und knetet ihre Hände. Willkommen im Mittagsfrost. Der Großteil des Tempels ist im Moment geschlossen, wegen heiliger Zeremonien zu Ehren Rümergans. Sie forciert ein Lächeln und deutet auf die östliche Tür. Der Schrein befindet sich zu deiner Rechten. Du darfst Rümergant dort gerne ein Opfer darbieten, aber der Rest des Tempels ist dir nicht zugänglich. Erzähl mir ein bisschen mehr über diesen Rümergant. Sie blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Du stammst aus dem ewigen Weiß. Wie kann es sein, dass du nichts über Rümergant weißt? Er ist der Gott der Kälte, der Entropie und des Kollapses. Viele sehen ihn als strengen Gott, doch nur wenige erkennen, dass er auf seine eigene Weise auch Leben gibt. Alle Dinge finden in seinem Schatten zu einem gnädigen Ende, nur um anderswo die Schöpfung wieder zu nähren. Sie runzelt die Stirn und beißt auf ihrer Lippe herum. Aber er ist ein stummer Gott und seine Wege sind unergründlich. Ihm zu folgen heißt, das Unausweichliche ohne Erklärung zu akzeptieren. In dieser Angelegenheit und in der Sache des Vermächtnisses scheinen die Götter oft stumm zu bleiben, wenn wir uns am meisten nach Rat sehnen. Ein guter Hinweis, die Augen der jungen Bleichelfe huschen zwischen den zwei Türen auf beiden Seiten des Raumes hin und her. Wenn das alles ist, warum genau ist denn ein Großteil des Tempels gesperrt? Wie ich schon sagte, wir stecken mitten in heiligen Zeremonien. Sie spricht überdeutlich. Sie sind recht komplex und wir erlauben Außenstehenden nicht, ihnen beizuwohnen. Sie blickt über ihre Schulter auf die Elfen hinter sich. Einige Mitglieder meines Clans sind recht empfindlich bei diesem Punkt, deshalb solltest du den Schrein besuchen und dann gehen. Und was tust du hier? Mein Clan ist aus dem ewigen Weiß hergereist, um Rümergant hier in Mittagsfrost zu huldigen. Wir hatten erfahren, dass dieser Ort seit Jahren verlassen war und wir hielten es für unsere Pflicht, uns um einen der ältesten Tempel unseres Gottes zu kümmern. Sie rollt die Schultern nach hinten. Es war eine lange Reise, aber Rümergant fordert Beharrlichkeit. Gewiss wird er uns für die Unsere belohnen. Zaganis Mund ist ein grimmiger, dünner Strich. Das hoffe ich. Na gut, kommen wir zum Punkt. Ich suche nach Frostbruch. Ihre bleichen Wangen erröten kaum merklich. Wie ich schon sagte, nur der Schrein im Ostflügel ist geöffnet. Der Rest des Tempels ist für Besucher im Augenblick nicht zugänglich. Ich rate dir, deine Opfer darzubringen und dann zu gehen. Aha. Kann es sein, dass es hier zu einem Problem gekommen ist? Ich meine, Rümergant hat uns ja nicht umsonst hierhin geschickt. Er hat ja auch gesagt, dass wir etwas schließen sollen, weil die offenbar Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Hier kann ich wieder nur stehlen. Die Seiten dieses Buches glänzen unter einer dicken Frostschicht. Im Osten hat sie gesagt. Ich muss gestehen, dieser Tempel ist das absolute Gegenteil zum blutigen Sand, bei dem wir zuletzt waren, wo alles ja dunkel, feurig, glutig war. Glutig und blutig. Und hier ist einfach nur alles still und gefroren. Das Wasser dieser Quelle ist gefroren und die kleinen Fische aus dem See sitzen nun unter dem Tempelfest. Der Paladin beobachtet dich mit kühlen, geduldigen Augen. Im eisigen Spiegel hinter dieser Statue bricht sich das Licht in Tüpfelchen. Offenbar kann man ja doch mehr bereisen als gedacht. Oh, ich sag's gerade noch. Halt, Wanderer. Es ist verboten, die Türen zu betreten. Dringe nicht gegen unseren Willen ein. Das hatte ich nicht vor, keine Sorge. Eine Statue? Ist das eventuell? Nee. Jede Linie und Falte im wettergegärbten Gesicht dieses Kriegers wurde aus dem Eis gemeißelt. Was waren das für Geräusche, die ich da gerade gehört habe? Das kann ich knacken, ohne dass ich Probleme bekommen würde wegen Diebstahl oder so. Und das kann ich nicht knacken, ohne dass ich Probleme bekommen würde. Keinen Schritt weiter. Kehrt um und durchfährt keine Türen. Die Hallen hinter uns gehören Rimmelgant und seinen Anhängern. Ja. Sie haben uns nicht viel über die Loks in der Bruderhütte. Aber wir sehen uns... Oh Gott. Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen eure Tür geknackt, aber ich bin schon wieder weg. Eieieiei. Aber ich muss doch hier rein. Ich habe doch keine andere Wahl. Ja, und hier ist die nächste Tür. Es tut mir leid. Ich habe keine andere Wahl. Ob das so gut war? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Obwohl, wir müssen ja festhalten, Rimmelgant ist der Gott des Todes und der Vergänglichkeit. Also nicht unbedingt des Todes, aber naja. Im Grunde tun wir hier gerade sein Werk. Mehr oder weniger. So kann man sich das alles schönreden. Ich hoffe, wir haben hier nichts Falsches gemacht. Das sind alles nur ganz normale. Ja. Ich hoffe sehr, wir haben hier nichts Falsches gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die allergrößten Befürchtungen... Befürchtungen? Oh, hier. Versiegele den Frostbruch. Rimmelgant, öffne uns deinen Weg. Nein, es soll kein Weg geöffnet werden. Als du dich der Plattform näherst, wird es plötzlich merklich kühler. Etwas entzieht der Luft auch das letzte bisschen Wärme. Der Atem aus deinen Lungen ist kalt, als er deiner Lippen entweicht. Du siehst eine Türöffnung, die mit glitzerndem Eis bedeckt ist. Davor ist der Umriss eines Elfen zu sehen, der die Arme ausgestreckt hat. Der Bleichelf blickt dich an. Sein elegantes Gesicht ist von Erschöpfung gezeichnet. Er reibt sich mit dem Handballen ein rotes Auge und du bemerkst, dass sein kleiner Finger zu einem schwarzen Stuhl verkümmert ist. Was machst du hier? Du bist nicht... Seine Augen überblicken das Gemetzel um dich herum. Was hast du getan? Dieses sinnlose Gemetzel? Ich... Er blickt wieder zurück auf die Eiswand. Bitte lass mich einfach zu Ende bringen, wofür ich gekommen bin. Römergan schickt mich, um den Frostbruch zu schließen. Seine roten Augen weiten sich. Du besitzt Mitgefühl. Möchtest du uns hier noch 100 Leben lang einsperren? Er schüttelt den Kopf. Die Erschöpfung schleicht sich wieder in seine Augen. Wir können so nicht weiterleben. Wir müssen einen Weg in das weiße Nichts finden. Das weiße Nichts... Römergan's Domain. Ein Ort, wo alle Dinge mingleden sind wie Snowflakes in einem Blizzard. Es ist ein Vortex von so einem Chaos, dass selbst der Wunschwunsch selbst nicht die Trajekte und die infiniten Partikeln der Essenz da sind. Als die Säule zerbrochen sind über successive Reinkarnationen, sie werden Teil des White Void. Es ist ein Ort, wo alle Dinge finden perfekte Unität und Freiheit. Römergan's Reich. Ein Ort, an dem alle Dinge wie Schneeflocken in einem Schneesturm herumgeschleudert werden. Ein solch chaotischer Wirbel, dass selbst die Winterbestie selbst die Flugbahnen der unendlichen Essenzpartikel nicht berechnen könnte. Zerfällt eine Seele durch wiederholte Reinkarnationen langsam, so wird sie Teil des weißen Nichts. Dort finden alle Dinge perfekte Einheit und Freiheit. Er blickt auf die mit Eis versperrte Tür. Der Frostbruch ist eine Schwachstelle in der Barriere zwischen uns und dem weißen Nichts. Dünnes Eis auf gefrorenem See. Wir sind aus dem ewigen Weiß gekommen, um ihn zu finden. Und er wollte den Bruch öffnen. Damit wir sterben können. Dauerhaft. Wir haben mehr Leben gelebt, als ein Sterblicher es sollte. Er schüttelt den Kopf. Seit unseren frühesten Inkarnationen sind wir treue Anhänger, Römerganz. Er ist der Gott der Entropie. Warum sollte er uns zwingen, wieder und wieder neu geboren zu werden? Aber wenn irgendetwas durch die Frosthume-Brieche passen könnte, würde er direkt in den weißen Vöid. Diese Tod ist für uns übernommen. Wir müssen nur einen Weg finden. Glaswahl streckt sich in Richtung des eisgefüllten Ganges und lässt die Welle der Kälte über sich fließen. Aber wenn etwas den Frostbruch durchqueren würde, würde es geradewegs im weißen Nichts landen. Dieser Tod hätte uns schon längst zuteil werden müssen. Wir müssen nur einen Weg hindurch finden. Erzähl mir von dir und deinem Volk. Wir nennen uns Glamfellen. Die meisten hier kennen uns als Bleichelfen. Wir kommen aus dem ewigen Weiß, einem Gletscherkontinent, am südlichen Ende von Eora. Saganin nickt. Sie sind Nomaden, ein Zähesvölkchen. Einige der Stämme verbringen gelegentlich eine Jahreszeit in Süd-Nazitag. Wir haben vor einer Jahreszeit eine Wächterin in unseren Landen empfangen und sie dafür bezahlt, uns die Herkunft unserer Seelen zu nennen. Wir wollten die Essenz verstehen, die uns erfüllt und überlegen, wie Rümergant uns zerschlagen und neu aussehen könnte, wenn unsere Tage gezählt sind. Er beugt den Kopf und drückt seine blutlosen Lippen aufeinander. Wir waren nicht vorbereitet auf das, was wir erfuhren. Die Wächterin wohl auch nicht. Sie erklärte, dass jeder von uns über Jahrhunderte hinweg neu in den Clan hineingeboren wurde, vollständig geformt. Über Generationen hinweg, bis hin zu den ersten Tagen, an denen unser Volk einen Fuß in das ewige Weiß setzte. Wir waren von der Gnade, die unser Gott verspricht, abgeschnitten worden. In jener Nacht begann unsere Erweckung. Wir erlebten Fragmente unserer früheren Leben, alten Hass, tote Leidenschaften, verschlungene Erinnerungen. Es beleuchtete nichts als die Erkenntnis, dass wir dazu verdammt sind, eintausend sinnlose Leben zu führen, ohne Rümergant Erlösung je näher zu kommen. Erlaufs Lippen sind zusammengepresst, dünn und blutlos. Ein dunkler Ausdruck hängt in seinen Augen. Wir wollen sterben. Wir wollen, dass Rümergant unsere Seelen im Äther verstreut, auf das ihre Millionen Fragmente sich mit dem Weißen nichts vereinen können. Er blickt auf seine Hände und den abgefrorenen Finger. Meine Magie hat bisher keinen Weg gefunden, den Frostbruch zu öffnen, aber es muss einen Weg geben. Man kann sich dem Willen eines Gottes aber nicht widersetzen, zumindest nicht, wenn der Gott wirklich die Kontrolle darüber hat und die Kontrolle hierüber hat er. Er lacht, doch seine Augen lachen nicht mit. Du glaubst, weil Rümergant in einem Traum zu dir gesprochen hat, kannst du hier hereinmarschieren und uns seinen Willen mitteilen? Wir folgen ihm schon so lange und leiden schon so lange unter ihm, wie dieser Tempel steht. Gut, nun suchen wir eben jenes Ende, das er verspricht. Belehre mich nicht über meine Pflichten meinem Gott gegenüber. Wenn Rümergant möchte, dass eure Seelen das Weiße nichts betreten, würde er dann nicht dafür sorgen, dass dies beschied? Ich gebe nicht vor, seinen Willen zu verstehen, und das solltest du auch nicht. Sollen wir noch einhundert Leben in Pein leben? Einem Gott ergeben, der sich nicht einmal herablässt, uns einen Grund zu geben? Er seufzt tief. Die Luft zwischen euch wird erfüllt von den Wolken seines Atems. Wir waren Rümergant so viele Generationen lang treu ergeben. Selbst jetzt ist es seine Gnade, die wir suchen. Um diese Jahrhunderte sind für einen, der ewig ist, nur ein Augenblick. Er blickt auf die abgehärmten, hageren Gesichter seines Volkes. Wenn es Rümergant wille ist, gehen wir zurück in das ewige Weiß. Vielleicht wird er unsere Beharrlichkeit eines Tages belohnen. Sie wenden sich zum Gehen, durch die Eislappenhallen von Mittagsfrost schlurfend. Tja, umbringen wollte ich die jetzt nicht unbedingt. Ich wollte auch die Damen und Herren vorne nicht unbedingt umbringen, aber sie haben mir keine andere Wahl gelassen. Und Itumaki ist unten stehen geblieben. Jetzt ist er bei mir oben, sehr schön. Aus dem Boden erhebt sich ein Podest aus schwarzem Eis. Der Altar wird von langen, fingerartigen Eiskristallen umgeben und durchbohrt, die so hart und klar wie Diamanten sind. In die Mitte des Altars wurde ein Loch gemeißelt. Tiefer als ein paar Zentimeter kann es zwar nicht sein, aber es saugt trotzdem die Luft um dich herum an. Dann schließen wir das Loch. Der Splitter passt perfekt. Während sich seine Position stabilisiert, löst sich die Kälte um den Altar herum auf. Gleichermaßen scheint das Portal vor dir dicker zu werden. Und das mysteriöse Leck verengt sich. Geschlossen. Der Frostbruch im Mittagsfrost, der nun nicht mehr als eine absolut glatte Eiswand ist, liegt ruhig da. Ja, ich verstehe Römergans Willen in dieser Angelegenheit auch nicht, aber was soll man schon machen? Ich glaube, sie sind jetzt alle weg. Kann das sein? Wenn dem so ist, dann werde ich den Tempel natürlich nochmal weiter erkunden. Man kann ja nie sicher sein, was sich hier noch so alles verbirgt. Ich öffne einfach mal alle Türen, ne? Ein bisschen durchlüften kann hier auch nicht schaden. Ah, was haben wir denn hier? Das ist immer noch Diebstahl, die haben doch alles zurückgelassen. Wasser tropft vom Rand dieser Niche. Ah, hier darf ich mitnehmen, ja? Der rätselhafte Gott der Kälte. Das haben wir aber schon gelesen, nehmen wir trotzdem mal mit. Und hier ist ein Silberschlüssel. Hm. Ah, aber das wäre Diebstahl, wenn wir den mitnehmen. Auch wenn hier keiner mehr ist, aber es wird uns als Diebstahl angezeigt. Ups. Wie gesagt, ich habe die absolute Erklärung, denn es ist kein Diebstahl. Die Leute sind alle weg. Das Spiel irrt sich. Ich vermute aber mal, dieser Schlüssel öffnet nur diverse Türen. Und wird jetzt kein Zugang zu irgendeinem ganz besonderen Schatz oder so sein. Wenn der Falle entdeckt. Falle entschärft. Ah, Schriftfräule des Mahlstroms und ein Trank des Spiegelbilds lasse ich einfach mal hier stehen. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal schnell rein. Eine Opal, Dietriche und Geld. Aber gut, auch das lassen wir erstmal hier. Hier geht es nicht weiter, ne? Doch, hier geht es noch rein. Freigeschaltet. Oh. Das war der Schlüssel. Eine junge Orlanerin krabbelt auf dem Steinboden zur Wand, drückt sich mit dem Rücken dagegen und fletscht mit den Zähnen. Ihr Fell ist fleckig und matt. Als du den Raum betrittst, kneift sie die Augen zusammen und dreht ihre großen Ohren in deine Richtung. Ein tiefes Seufzen entweicht aus ihrem winzigen Körper. Bei den Bestien. Ich dachte, du würdest zu ihnen gehören. Bitte bring mich hier weg. Was ist denn mit dir geschehen? Kurz niesen. Ist ja auch schon besser. Als Mondfrost begann, den See einfrieren zu lassen, schickte meine Schwester Lara mich aus, um den Grund in Erfahrung zu bringen. Sie blickt grimmig durch den schäbigen Raum. Die Bleichelfen Estramorn haben mich gefangen genommen, bevor ich Bericht erstatten konnte. Diese Bleichelfen stecken dahinter. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in Zwillingsulmen aufgetaucht und haben gesagt, sie wollen sich ab nun um Mittagsfrost kümmern. Ich weiß nicht wie, aber sie haben den Frostbruch im hinteren Teil des Tempels geöffnet. Es saugt die Wärme und das Leben geradewegs in das öde Reich ihres gefrorenen Gottes. Sie zittert. Jemand muss sie aufhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Kälte sich weiter ausbreitet. Erzähl mir von denen, die dich gefangen genommen haben. Sie knurrt. Ihre spitzen Zähne blitzen auf. Ein Clan von Bleichelfen aus dem ewigen Weiß. Anhänger von Rümmergand, sagen sie, aber ihr Verhalten lässt auf andere Absichten schließen. Sie kommen kampfbereit. Zauberer, Priester und Paladine. Ein Zauberer namens Glas Wahl führt sie an. Er ist von dem Frostbruch besessen. Meine Ohren hören ihn durch die Wand. Er wirkt zauber und ruft fremde Mächte an. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt, aber es ist gewiss nichts Gutes. Kannst du mir denn was über den Frostbruch sagen? Sie schüttelt den Kopf. Nicht viel. Er hat irgendwas mit Rümmergand zu tun. Der Winterbestie. Ich bin eine Anhängerin Galerweins. Lauf los. Sie wendet sich zum Gang, ihre großen Ohren nach vorne geneigt. So schnell, wie mich meine Füße tragen. Sie huscht auf ausgemergelten Armen und Beinen zur Tür. An der Tür blickt sie zu dir zurück. Sie huscht zum Ausgang. An der Tür blickt sie zu dir zurück. Hm, gut. Danke, Estremore. Und sei vorsichtig. Sie verschmilzt mit den Schatten. Haben wir noch eine gute Tat vollbracht hier. Diese bronzenden Hallenschellen glänzen frostig. Langsam habe ich das Gefühl, wir hätten die vielleicht doch alle töten sollen. Denn das, was sie je getan haben, ist offensichtlich nicht das, was sie hätten tun sollen. Oder, ich sag mal, ich kehre zu Lara in Rachen zurück. Ah, das müsste dir der Galerweintempel sein. Ja. Die Quest haben wir quasi vorweggenommen. Was haben wir denn hier? Ist das etwa ein... Ein Geheimraum. Na gut. Wenigstens haben sie uns genug Ausrüstung hinterlassen, um, ja, die Kosten für den Kampf zu decken. Das ist mir ja immer das Wichtigste. Ach, wisst ihr was? Komm. Es interessiert hier kein Schwein mehr, ob ich was klaue oder nicht. Das ist, äh... Völlig irrelevant, höchstwahrscheinlich, denn es sieht uns ja auch keiner dabei. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, nachdem diese Geschichte mir erzählt wurde und wir eine Gefangene gefunden haben, sind meine Skrupel, mich hier zu bedienen, jetzt nicht unbedingt mehr die Größten. Oh. Ah, ja. Und was haben wir hier? Oh, nein. Aua. Warum hast du die Falle nicht gesehen? Ein Weißläufer. Ein siegartiger Kampfstab? Mhm. Eismar war ein Zauberer aus dem ewigen Weiß. Er entwickelte eine Besessenheit mit Römergant. Er war überzeugt, wenn er den großen Aua-Ochsen nur erblicken würde, würden sich ihm die Geheimnisse der Schöpfung und Zerstörung offenbaren. Jahrzehntelang wanderte er über den gefrorenen Kontinent, mit wenig mehr an Gepäck als seinem Kampfstab, Weißläufer und seinem Mantel aus Raubenfell. Auf den Spuren der Gerüchte von Glamfellenstämmen und den todeskalten Stürmen, die über die Gletscher peitschten. Eines Tages schließlich fand ein Nomadenstamm Weißläufer, in den Schnee gesteckt und gehen himmelweisend. Von Aismar war keine Spur zu sehen, doch es verbreitete sich rasch die Legende, dass er Römergant gefunden habe und dem mächtigen Biest nun folgen würde. Hm, auch nicht schlecht. Nehmen wir einfach mal mit. Ist jetzt zwar ein Stab mit dem zweihändigen Stab, bin ich jetzt nicht so sicher, Eilauf kann glaube ich auch nichts damit, naja, der hat ja sein besonderes Weffchen. Weffchen, oh, Moment. Der Stuhl verströmt eine unnatürliche, klirrende Kälte. Die Frostschicht auf diesen Büchern wurde durch Handabdrücke beschmutzt. Aha, hat hier also jemand versucht Bücher rauszunehmen und war dann anscheinend frustriert, weil alles zugefroren ist. Das hier scheint mir das Lager zu sein. Trotz der Kälte ist es im Betzeug warm. Hat er sich schon wieder einfach reingelegt, erschuft. Auf dem Leder des Zeltes wurden dicke Felle befestigt. Sie haben uns nicht viel über Lager in der Brotherhood. Hm, Griechshammer, weißer Kristallschlüssel. Aha, wofür ist der? Ich nehme ihn einfach mal mit, für alle Fälle. Und noch mehr Dietriche und Geld. Da sage ich auch nicht nein. Na gut, kein sehr wirklich üppig ausgestattetes Lager, aber gut. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir haben hier irgendwas falsch gemacht. Oder ist das nur so ein... Na gut, den Trank lasse ich mal hier liegen. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn wir jetzt den Bruch geschlossen haben, dann heißt das ja auch, die Wärme wird nicht mehr angesogen. Das bedeutet, der Fluss oder der See, der draußen ist, der müsste ja jetzt langsam wieder entfrieren. Das war ja eine Beschwerde, die die Leute hier hatten. Die haben sich auch darüber beschwert, dass die Elfen hier angekommen sind. Oh, die Estromore, alle sind böse, alle Ausländer sind schlimm. Aber gut, in dem Fall hatten sie anscheinend recht. Und das sieht schon ein bisschen... Ne, das sieht wahrscheinlich genauso aus wie vorher, aber... Oh. Die Orlanerin steht unter dem freien Himmel und saugt begierig die frische Luft ein. Ich fühle mich wie neu geboren. Sie schlägt dir auf die Schulter. Komm doch einmal zum Rachen. Die übrigen Reißzähne würden gewiss gerne den Listenreichchen Estromore kennenlernen, der mich befreit hat. Zum Rachen? Ja, ich vermute mal, der Rachen ist das, was wir hier unten gesehen haben, ne? Galarweins Schlund. Dann würde ich jetzt Galarweins Schlund noch besuchen und dann... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich sofort auf die Todesinsel, auf die Begräbnisinsel da drüben will oder ob ich mich vielleicht erstmal auf die Suche nach dem Drachen mache, von dem uns hier berichtet wurde. Denn... Na gut, das Gespräch kennen wir, glaube ich, schon. Denn, äh, da oben wäre ja auch noch die Quest mit dem, äh, verschwundenen Elfen. Die könnten wir auf dem Weg dahin, glaube ich, sofort lösen. Ich, äh, ja, ich schiebe wie immer die Story, also die Hauptstory ein bisschen nach hinten und widme mich erstmal den zig Milliarden Nebenaufgaben, die wir vor uns haben. Oha. Die zähe Flüssigkeit sollt einen beißenden metallischen Geruch ab. Hier sind immer sehr viele Leute. Viel mehr als in Trutzbucht, habe ich das Gefühl. Aber gut, das mag auch daran liegen, dass sie immer Begleiter dabei haben. Irenzi hat kein Recht, diese kauende Katze im Rachen zu verteidigen. Irenzi hat kein Recht, diese kauende Katze im Rachen zu verteidigen. Dann finde sie und sag es ihr selbst. Was haben wir hier beobachten dürfen? Hm, der Jäger nickt mir steif zu. Das kann ich vollkommen verstehen. Wir waren zu lange nicht mehr im seitigen Mast. Was ist denn mit dir? Auf der glanvertanischen Uferseite des Ba'el stecken einige Knochennadeln in der Tierhautkarte. Markierungen von Ruinen eventuell. Hier können wir nur klauen, das will ich natürlich nicht. Kareth, das ist kein Ort, das wir sehen können, selbst für dich. Die Bösten des Gallowains Mar sind gefährlich. Und jetzt mehr als immer. Ein drahtiger Elf schreitet durch die Höhle, sein Gesicht voller Sorgenfalten. Seine Hand schlägt immer wieder nervös gegen seine Hüfte. Er blickt zu dir auf und seufzt. Kareth, dieser Ort ist keine Sehenswürdigkeit, die man besichtigt, selbst für dich nicht. Die Bestien von Gallowains Rachen sind gefährlich, heute mehr denn je. Was ist mit den Bestien? Sie kämpfen nicht. Er bleibt stehen und bändet sich dir zu. Sie kämpfen nicht. Was ist daran falsch? Es ist nicht Gallowains Weg und es ist nicht der Weg des Rachens. Der Rachens ist seit jeher die Heimat für ein einziges Raubtier. Von Zeit zu Zeit taucht ein Herausforderer auf und die zwei tragen einen Revierkampf aus. Aber Sul bleibt in ihrer Höhle und Oernos kann sie dort nicht angreifen. Nun jagen zwei mächtige Raubtiere und ihre Verwandten dieselbe Beute des Dünbeerden aus. Und auch die Geduld der Leute hier. Er läuft weiter auf und ab. Und dieses Warten, es ist nicht das bewusste, wachsame Warten eines Jägers, der im Hinterhalt lauert. Es ist Stagnation, Langeweile. Das Hoffen, dass endlich etwas geschieht. Er ballt die Hände zu Fäusten. Aber ich bin machtlos zu handeln. Eine Hälfte der Reißzähne wirft mir Fettanwirtschaft vor, wenn ich die Löwin selbst hinaus zu zerren versuche. Ich bin nur fremd hier und unvoreingenommen. Ich könnte der Sache nachgehen. Und kämpferig, wenn ich mir dich so ansehe. Er kratzt sich an der Wange. Es kann wohl nicht schaden, es dich versuchen zu lassen. Alles ist besser als dieses endlose Warten. Wenn du ein Ende dieser Angelegenheit herbeiführen kannst, enden auch die Spannungen. Wenn nicht, er grinst. Werden die Bestien kurz einen Prozess mit dir machen. Er überreicht dir einen schweren Eisenschlüssel. Für gewinnig erlauben wir Fremden nicht, den Rachen zu betreten. Aber du verstehst, dass du es auf eigene Gefahr tust. Und Sul's Löwen werden vermutlich jeden Eindringling sofort angreifen. Dennoch, vielleicht kannst du sie dazu bringen, den Bären zu bekämpfen. Tu, was du kannst, um dieses Padt zu beenden. Was ist denn hier los? Also hier hat wirklich jeder Tempel seine ganz eigenen Eigenarten. Und das finde ich sehr spannend. Denn die Kultur der Glanfataner scheint mir sehr vielfältig zu sein. Und man hat hier offenbar sehr viele Möglichkeiten, sich so seinen eigenen Weg zu bilden. Und das hier ist Galavains Rachen. Ja, eine Höhle der Bestien, die dem Fürst der Jagd gewidmet ist. Seit Urzeiten beansprucht das jeweils größte Raubtier von ganz Erklandfahrt den hinteren Teil des Rachens als sein Revier. In letzter Zeit gab es aber einige Unstimmigkeiten darüber, wem diese Position zusteht. Er blickt nach oben in die Höhle. Und das führt zu Zwietracht unter unseren Jägern. Erzähl mir was über dich. Ich bin der Anführer der Reißzähne. Wir sind ein Orden von Jägern und Kriegern, die sich Galavains verschrieben haben. Und wir sorgen dafür, dass die Orte der Erbauer reinbleiben. Wir sind kein Stamm, aber wir versammeln uns wie einer und streiten wie einer. Unsere Mitglieder kommen aus allen Stämmen. Aber die meisten von uns werden als drei Stoßzahnsteilger, Fischer, Kraniche und Hüter des Steins geboren. Wo finde ich Zul? Im hinteren Teil des Rachens. Er deutet auf die Gänge, die sich rechts und links neben ihm erstrecken. Du kommst auf beiden Wegen zu ihr, aber sei vorsichtig. Der Rachen ist ein gefährlicher Ort und Zuls Rudel und ihre Unterstützer sind wachsam. Und wo ist Oeanos? Gute Frage. Der Bär ist gerade auf der Jagd, aber er wird bald zurückkehren. Er ist nie lang weg. Würdest du Zul oder Oeanos vorziehen? Er runzelt die Stirn. Ich sehe beide Seiten. Zuls List ist unerreicht, aber Oeanos ist der mächtigere der zwei. Beides sind Wesenszüge, die Galerwein schätzt. Also Oeanos ist Kraft und Zuls List. Na gut, dann werden wir hier mal uns ungefragt. Nein, nicht ungefragt. Wir haben ihn schon gefragt, ob wir uns einmischen dürfen. Aber trotzdem sind wir hier natürlich fremd. Und ja, Buch der Jagd. Oje, oje. Vielleicht sollten wir uns das zu Gemüte führen, bevor wir uns einmischen. Ja, wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass es manchmal klug sein kann, vorher Bücher zu lesen. Grundsätzlich ist es sehr klug, Bücher zu lesen. Ich kann nur dazu raten, lest Bücher. Geht jetzt hin und lest ein Buch. Jetzt. Habt ihr gelesen? Ja? Was war's denn? Hm? Na gut. Ja, wir widmen uns diesem Tempel in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir uns entweder für Zul oder Oeanos entscheiden. Ja, bis dahin verabschiede ich mich mit einem Fröstelnden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.